Und zwar habe ich mit Fro-LP hier ein kleines Let's Play gemacht. Tja, wie komme ich wieder zurück? Hallo? Guck mal, mein Gen. Hallo? Nee, ich habe hier... Wo bin ich? Okay. Das ist mein Let's Play World. Ja, sehr schön. Trotzdem muss ich zurück zu meinem Haus finden. Oh, und Enderman. Wie knuddel ich. Knuddel ich sie. Hat das... Ah doch, es hat ein Gesicht. Okay. Au, hack, 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 hack. Nicht hacken, nicht hacken. Alter, hack nicht. So, stirb. Sehr schön. Habe ich noch was zu präsen? Ja, Hottenflash. Wann schon schnisch ist hier nichts gebraken. Äh, scheiße. Wartet mal kurz, den Laden öffnen. So, kann man ganz einfach Cheats aktivieren. Finde ich sehr schön. Game Mode 1. So, äh, ich will mal kurz mein Haus finden. Pausi! Also in der Wüste. Ich war in der Nähe von der Wüste. Ich weiß bloß nicht, ob das hier war. Und noch, Pausi. Pausi. Ja, es hackt ein bisschen. Vielleicht muss ich auch in die Richtung. In die Richtung. So. Ich könnte auch kurz nach dem Server schauen. Wartet mal. Wenn jetzt 14 Minuten sind, schaue ich nach dem neuen Server. Also. Ja, okay. Ich schaue mal nach dem neuen Server. Speichern und zurück zum Blablabla-Menü. So. Äh, aktualisiere die Internetseite. Äh, ich hoffe, ich habe beim ersten Mal den Link reingestellt, Samuel. Nach zwei Minuten. Das dürfte doch gehen. Hoppla. Falsch. Nicht Fraps. Minecraft. Direkt verbinden. Nö, das wollen wir nicht. Wir wollen das hier. Na komm, lass es nicht voll sein. Na komm. Komm. Juhu. Nein. Scheiße. Okay. Äh, da sind es noch vier Minuten. Nehmen wir den da. Ja, klasse. Mich hat jemand angeschrieben. Auf Skype. Ich es doch hasse. Ja, gut. Schreib mich noch mehrmals an. Wird auch nicht besser. Wer hat mich jetzt angeschrieben? Paul, hallo, hi. Jetzt wird etwas geschrieben. Skype, beenden. Bist schon wach. Ich mach bloß so. Okay. Ich sollte vielleicht doch nicht so viel erzählen, sondern eher übers Letzte. Jetzt beende dich schon, Skype. Hast du uns beendet? Okay. Juhu. Wir nehmen immer noch auf. Und ich bin in einem Baum drin. Scheiße. Hey, warum spoil ich in einem Baum? Okay. Wenn ihr es nicht, wenn ihr es so wollt, dann halt. Ich muss eh noch meinen Kit wählen. Slash Kit meiner. So. Habe ich jetzt meinen Kit? Ah gut, ich hab meinen Kit. Okay. So. Ich muss dann... Hallo, Schweini. Schweini, grunz, grunz. Hä? Ich kann das echt verletzen? Lol. Kann ich das hier nö. Gut. Wir sind hier irgendwo. Im Nirgendwo. Wo niemand anders ist. Oh. Jetzt sind wir auch nochmal im Nirgendwo. Wo irgendwo eben irgendwo anders ist. Ja, ich hoffe, in dieser Runde überleben wir mal ein bisschen lang. Na, obwohl ich will gar nicht so lange überleben. Denn ich habe nur noch ein paar Minuten. Hallo? Ich hab's vorn eingegeben. Sehr schön. Ja. Äh, sehr schön. Ja, Schneelandschaft. So. Ja, noch 10 Minuten. In 3 Minuten fängt's an. Also noch eigentlich 11. Hallo, Hühnchen. Bist du ein gutes Hühnchen gewesen? Evil Chicken. Hm. Nee, ich hab gar keine Minecraft-Tektoren drin. Nur die ganz normalen. Die hässlichen. Äh. Nee, kann ich nicht. Hä? Im Laden öffnen? Genau. Achso, nee. Kann ich gar nicht. Ist ja Multiplayer. Ich hab gedacht, da wird das. Hallo, Hühnchen. Mach den Sidestep. Oh. Ich krieg nix. Aber ich hab einen Stufen. Da, blablabla. Ein Spieler. Oh mein Gott, wir sind gerettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet du ich gar nicht hallo wo bist du mitmachen du bist der gast da Prozent fiktig nein habe ich nicht gesagt ich sage keine Schimpfwörter ich war gut wo machst du Hahahaha er hat gemacht okay mit in Lengen mein Englisch ist noch so gut dort liebt mit in Lengen dass ich an die Fleisch im See oder Fleisch im See guck mal da vorne ist auch noch ein Name hallo bist du auch hier lustig Zauberer oh Fleisch komm wir gehen in die Höhle wir verirren uns die drei Minuten in dieser Höhle oh Gott da geht es abwärts hier ist Warta Alter irgendwie nervt das Interface oder ich weiß gar nicht nervt man das Interface doch nicht ich weiß es nicht schreibt es doch mal in die Kommentare wenn das Video über 10 Aufrufe hat wird ja mal jemand das in die ich gehe gerade rückwärts oder kann das jemand mal in die Kommentare schreiben guck mal Eisen ich habe Eisen gefunden Eisen nö da will ich nicht lang oh guck mal da kann man runter also bisher war da das Let's Play wirklich interessant ihr habt zwei Welten von mir gesehen meine Skyblock Welt und meine Let's Play Welt von meinem früheren Kanal übrigens ist der Kanal noch aktiv und hat mehr Abonnenten als ich bisher was mich nicht so happy macht denn der Kanal hat glaube ich 17 Abonnenten das sind zwei mehr als ich habe aber das sind wahrscheinlich 10 Stück die meine Videos eh nicht schauen von dem her ist es mir eh egal und ich habe den Kanal ich habe jeden neuen Kanal gegründet weil ich eigentlich kein Minecraft Let's Play machen wollte weil das einfach ein Endloss Spiel ist und ich wollte auch kein Mountain Blade Let's Play machen weil das auch ein Endloss Spiel ist ja und Minecraft Hangar Games ist kein Endloss Boah ey Alter guck mal ey Lava ey und Minecraft Hangar Games ist kein Endloss Spiel ey guck mal ey Lava ey Lava kein Scheiß ey oh ist die Schlucht groß oh ich glaube es fangt an oh wartet mal F1 na komm hier Baum schlagen ich hoffe dass es jetzt mal nicht packt ja natürlich hackt natürlich hackt jetzt lass mich hier doch mal den Baum schlagen ich will Bäume schlagen hallo ha 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 ich habe 2 Holz ha 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 ich bin besser als er so das hier haben wir jetzt und jetzt holen wir uns noch ganz schnell hallo lass mich unter die Erde wow das packt überhaupt nichts cool trotzdem werden wir uns gleich in den Kampf stützen wahrscheinlich dann gleich verlieren weil ich habe nicht mehr so lange Zeit und darum machen wir jetzt ein bisschen actionreicher als nur die ganze Zeit irgendwas zu versuchen so ich habe hier das hier und jetzt noch mal das 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 so so komm die bauen wir jetzt einfach mal hin da so und jetzt holen wir uns schuppdi duppdi dupp schupp ein paar Stikis und machen uns natürlich äh Schwert de Stein so jetzt haben wir einen Schwert de Stein halt Erde hallo what do you do minecrafting table ha ich habe ihn ha 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 lustig das war eh meiner das war echt meiner so ich schlage euch jetzt alle halt nicht bewegen habe ich irgendwas zu pressen pressen ich darf mich echt nicht bewegen sind da irgendwelche Leute oh bug hallo grafik bug so nee ich will kämpfen guck den da den holen wir uns was für hannah weg war er hoppla bug bug lass mich raus nee das war es Wasser das war doch kein bug in 15 Sekunden let the fight begin 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 ha warum rennen die alle weg hallo 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 ich will laufen ich will kämpfen es geht schon los oh mein Gott kämpfen kämpfen hallo tot achso tot ok hallo will jemand kämpfen guck mal der hier will kämpfen halt bug 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 halt bug 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 hallo niemand will kämpfen ok wer will nicht kämpfen hier haben sich einige auf erde hoch gebaut hallo du bist voller Feuermann voll voller Feuer bug was mich doch jetzt so warum bewegt er sich nicht er bewegt sich nicht oh ich brenne guck mal der auch ich brenne immer noch jetzt nicht mehr ha guck mal hallo aha ich bin so ein meister kleister ich mach mir alle am arsch ey ich bin so der remaining hallo hallo gibst du mir deine pickaxe dankeschön so fünf spiele haben wir jetzt schon besiegt haben etwas holz und sitzen hier in der grube fest hallo ich will raus ist da jemand komm wir kloppen uns mit dem schwertier lang ach guck mal das hat wirklich geklappt au 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 wer haut mich bist du das are you alive a living from the dead a living from the dead oh no i am dead äh tot tot so rum so warte mal ja 23 minuten irgendwas naja zurück zum Hauptmenü einzelspiel wartet wir gehen mal kurz auf mehr Spieler und gehen auf Zombies Server nämlich Zombies Fan Server oh weißt oh mein Gott es während des PvP Servers sorgen careme911 und blablabla für Ordnung Regeln während Zombies Fall Spam wegen einem Vam bekommt Perma Perma? äh bekommt Perma überall ist PvP hä? wer Zombies Fall Spam bekommt äh wegen einem Bann bekommt Perma Nen aha überall ist PvP man darf jeden töten Griefen ist erlaubt ähm wer sich im Gefecht auslockt wird gebannt man darf aus den Kisten klauen bitte einmal im Forum den obersten Post Post lesen x-ray ist verboten ein Blagin hinter das auslocken im Kampf und wir bannen auch ohne Nachweise Flamen beziehungsweise Cheaten aller Art ist natürlich untersagt habt einfach was dir nehmt es nicht so ernst ziehe die Schilder hinter euch mein Gott wichtig der PvP ist nur zum Spaß haben da nehmt die Kills nicht persönlich das ist der Sinn vom PvP Leute töten und Gegenstände sich so zu erbeuten wir wollen hier nicht dass ihr euch Feindschaften ansammelt also nehmt es just for fun nicht mehr ich frage mich ob das Zombie geschrieben hat oder irgendwelche andere Leute hallo ich bin raus kämpfen fighting hallo da ist jemand ich schlag ihn ich bin Kung Honda do you too I am Kung Aha ich hau dein Haus kaputt ich hau's kaputt Griefen ist erlaubt glaube ich falls nicht habe ich Pech gehabt denn dann wäre Griefen nicht erlaubt hallo oh bist du tot hallo oh der ist wirklich tot I am the King of the Lord I said yes I am so macht es erst es war's hallo oh guck mal davon ist noch jemand au naja das geht vorbei hallo wollt ihr fighten guck oh Panda ist volle living hallo nicht kämpfen okay dann hol ich mir den Dancing zu holen na stirbt Dancing au hör auf mich zu hauen Penner ach willst du sterben will do you do you want to hallo ja ja der hat Fallschaden bekommen ok ist da noch jemand hallo ich hab voll Angst ach man haben die alle kein Schwert tja ich bin der Meisterkleister ist da schon wieder am besten online aha gut davon habe ich schon zwei Leute getötet na was machst du so zu den Erde abbauen ich tu dich killen bist du deutsch ok stop ich bin total freundlich also uiui ja bring dich doch selbst um oh nein ich will mich nicht selbst umbringen ähm deutsch warte was ist das für eine Frage ich denke mal schon dass die deutsch sind und ich will hier nicht mit Araber kämpfen weil in real life macht er mich hallo are you deutsch do you speak deutsch hallo eventoro hallo hu hu yes I am too German na ok macht auch keinen Spaß den so umzubringen was ist denn hier noch außer ein Loch in den das ich reinfalle nichts besonderes ok wie lange muss ich denn au au alter geht's noch hallo pervers ja pervers genau hallo dem sind der zittet tot 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 ist aliving schweiz ich sollte mich verpissen ja ich versteck mich kommst du der rennt weg der feige link oh guck mal die zeit ist um ok vielleicht lasse ich mich noch töten nö lasse ich nicht ich töte ihn oder er mich kommt ganz drauf an oh guck mal auslocken so sehr schön das war nicht ein kampf ich hab ihn getötet so die timerzeit ist abgelaufen und damit verabschiede ich mich von euch denn ich lehme jetzt ein anderes spiel auf ich hoffe euch hat das kleine spezial gefallen ich werde es trotzdem unter minecraft hunger games stellen naja süß leute